Eilt aber ein bisschen kaputt, dennoch sind am Ende alle überaus zufrieden. Es klingelt bei Martina und Thomas aus Karst, als die mit einem alten und eher unscheinbaren Glöckchen bei Bares für Rares auftauchen. Und bei Horst Lichter punktet das Kleinod auch sofort. Das ist aber ein hübsches Tischblöckchen. Ein Erbstück, gefunden im eigenen Haus. Damit rief man früher in ganz alten analogen Zeiten also das Personal oder die Bedienung an den Tisch. Denn lautes Rufen und das Heben der Stimme waren verpönt, wie Experte Detlef Kümmel zu berichten weiß. So ist das einst feuervergoldete Bronzestück also auch schon recht betagt. Um 1900 hergestellt, ist leider die Feder des Klingelmechanismus defekt, was aber den Experten nicht sehr stört, da leicht zu reparieren. Überaus bescheidene 20 Euro möchte das Ehepaar für das hübsche Tischblöckchen? Das kommt bei Bares für Rares auch nicht alle Tage vor. So viel oder so wenig Euros sollten dann am Ende doch schon in der Börse klingeln, oder? Da ist sich Experte Detlef ganz sicher. Auf 50 bis 80 Euro taxiert er das Bimmelding, was die noch Besitzer, super, super, finden. Mal schauen, ob auch die Gebote der Händler so schön klingeln. Die Aussichten scheinen gut zu sein, zumindest beim Antikexperten Wolfgang Pauritsch, der das Glöckchen gern auch mal bei Auktionen erklingen lässt und ganz angetan ist. Bares für Rares. Hübscher Preis für hübsches Glöckchen auf Nachfragen der Herkunft frotzelt Thomas dann schon in Richtung von Hobbyangler Waldi. Könnte eine Anglerglocke sein, um die Fische anzulocken. Und da Walter Lenerts Spaß versteht, lässt er sich auch locken und bietet 80 Euro mit der Aussicht auf mehr. Und siehe da, die anderen Händler ziehen mit. Unversehens ist man bei 160 Euro, bei einem Wunschpreis von 20 Euro kein schlechtes Zwischenergebnis. Denn man ist noch nicht am Ende. Plötzlich wollen alle Händler das Teil haben, um bei ihren Auktionen zu bimmeln. Bei 200 Euro ist auch die selbstbewusste Martine erst mal verblüfft und stößt nur noch ein, ihr könnt gerne weitermachen, hervor. Aber das lassen die Herren und die Dame dann doch. Zumal das wirklich ein super Gebot ist und so holt macht Thorsten Schlössner das Geschäft. Zumal das wirklich ein super Gebot ist.